Hello! Ich wünsche euch von Herzen frohe Ostern da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne freie Tage, die ihr richtig genießen könnt. Mit Seele baumeln lassen und allem drum und dran. Und runterkommen vor allem. Das ist auch das, was ich versucht habe in den letzten 2-3 Tagen. Einfach mal so richtig nichts tun, nicht denken. Einfach mal durchatmen. Und ich habe sehr gemerkt, dass ich das gebraucht habe. Das ist hier kein normaler Kaffee-Clush. Das ist einfach ein kleines Video, in dem ich euch erkläre, warum es nächste Woche kein Video geben wird. Einige haben schon gemerkt, dass am Donnerstag auch nichts kam. Das ist eigentlich nicht meine Art, das zu tun. Kein Video hochzuladen und sich überhaupt nicht zu äußern dazu, warum es keins gibt und wann das jetzt kommt und so weiter. Aber ich bin jetzt mal sehr ehrlich, ich hatte irgendwie keine Kraft. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es euch nicht so genau sagen. Es ist nichts passiert. Einige haben sich auch schon riesengroße Sorgen gemacht. Es ist niemand gestorben. Es geht mir gut. Mein Liebster und ich, wir sind zusammen. Alles ist gut. Es gibt keine dramatischen Veränderungen in meinem Leben. Ich habe aber über die letzten zwei, drei Wochen gemerkt, dass ich einfach mich irgendwie verändert habe, dass ich schlechter drauf bin als vorher, dass ich begrumpfiger bin, dass ich weniger Spaß habe an Dingen und dass ich weniger Energie habe vor allem. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man so ein bisschen sich mit Depressionen auskennt, weiß man das. Das ist immer so ein kleines Wiu-Wiu-Zeichen, diese Unlust. Die macht mir tatsächlich immer sofort ein bisschen komisches Bauchgefühl und ich weiß, ich muss dagegen was machen. Es wird, weil das viele sich gewünscht haben, definitiv auch einen Kaffeeklatsch mal zum Thema Depressionen geben. Jetzt gerade fühle ich mich nicht in der Lage, aber ich arbeite daran. Ich mache mir dazu Gedanken. Ich habe mir auch gerade so in den letzten zwei, drei Wochen sehr viele Gedanken gemacht, warum ich mich so fühle, warum das so ist, was ich im Grunde verändern muss, damit sich das wieder ändert. Und habe auch im Gespräch mit Freunden und vor allem mit meinem Liebsten immer wieder festgestellt, dass das Feedback, was ich am häufigsten zurückkriege, ist, du machst so viel. Und als Tochter meines Papas muss ich zugeben, dass mir das nicht so leicht fällt, das zu sehen. Ich selber finde immer gar nicht, dass ich so viel mache. Aber wenn wir es dann aufzählen und mal überlegen, was so die letzten zwei, drei Wochen so war, ich habe hier irgendwie ein Katzenhaar, stelle ich schon fest, dass ich kaum zu Hause war, dass ich ständig unterwegs war, dass ich ständig in Situationen war, die für mich sehr aufregend waren, dass ich super viel gearbeitet habe. Und da muss man sich irgendwie nicht wundern, dass irgendwann die Batterie alle ist. Und ich hatte nicht wirklich Zeit zum Aufladen, weil die letzten Wochenenden eigentlich seit Anfang des Jahres war ich entweder irgendwo unterwegs oder es war irgendwer zu Besuch oder ich hatte ein Riesenprojekt, was ich fertig machen musste übers Wochenende. Und das merkt man halt irgendwie und das steckt mir in den Knochen. Und ich merke das an vielen Momenten in meinem Alltag, in meinem Job, aber auch mit YouTube, dass ich auch so die letzten zwei, drei Wochen nicht mehr so viel Spaß hatte am Video machen. Und das ist so untypisch für mich, weil ich, seit ich denken kann, liebe Videos zu machen. Lange, lange bevor es YouTube gab, habe ich schon Videos gemacht mit Freunden, weil ich das einfach so liebe. Und ich liebe das, was wir hier haben auf diesem kleinen Kanal. Und ich mag es, Content für euch zu machen, der nicht nur Spaß macht, sondern teilweise sogar ein bisschen euer Leben verändert. Das ist großartig. Und ich hasse es, dass ich das im Moment nicht mehr so liebe, wie ich das vorher getan habe. Ihr kennt mich, ich habe dazu die eine oder andere Liste gemacht und mir mal Gedanken gemacht, warum das so ist und was ich verändern muss, damit ich mich wieder einfach besser fühle. Und ich habe beschlossen, das zu machen, was ich ganz vielen von euch auch im Kaffeeklatt schon geraten habe. Einfach mal Pause machen. Abstand gewinnen, runterkommen. Ich werde nächste Woche so gut wie nicht arbeiten. Ich werde kein Video für euch machen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig oder böse. Ich mache es wieder gut auf jeden Fall. Aber ich brauche jetzt einfach diese Zeit für mich, um ein paar Dinge in meinem Kopf zu bearbeiten, mir über einiges klar zu werden und ein bisschen neu zu sortieren. Ich habe diesen leisen, fiesen, kleinen Gedanken schon im Hinterkopf gehabt, als ich diese Neustart-Videos für euch gemacht habe, von diesem Neustart-Wochenende, dass ich gedacht habe, wow, das hast du lange nicht gemacht und eigentlich würde dir das mal wieder richtig gut tun, mal wieder so ein bisschen eine Richtung im Leben zu finden. Ich habe diesen Fünf-Jahres-Plan, von dem ich vor einiger Zeit gesprochen habe, abgearbeitet und ich brauche, glaube ich, mal wieder einen neuen, um einfach einen Fokus zu kriegen. Ich weiß, dass nicht jeder so funktioniert. Die einen, die brauchen das wie ich, einfach zu wissen, was will ich erreichen, in welche Richtung will ich, um einfach besser Entscheidungen im Leben treffen zu können. Und andere brauchen das nicht und das ist völlig okay. Ich bin jemand, der braucht das und ich werde mir nächste Woche einfach mal Zeit nehmen und darüber nachdenken, wie ich YouTube weitermachen kann mit Spaß, wie ich weiter einfach glücklich sein kann mit dem, was ich tue, auch außerhalb von YouTube und was ich vielleicht verändern muss, um das zu sein. Und bitte, 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 macht euch aber keine Sorgen. Ich komme wieder. Ich gehe nirgendwo hin. Dafür liebe ich YouTube einfach zu sehr. Ich werde nicht aufhören, Videos zu machen. Ich brauche nur, glaube ich, einfach ein neues Setup, um Videos zu machen. Und das werde ich mir nächste Woche schaffen. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen verstehen. Ich brauche das einfach gerade sehr, sehr dringend. Puh, es war gar nicht so einfach, wie ich dachte, dieses Video zu drehen. Gut. Wenn es euch vielleicht so ein bisschen ähnlich geht wie mir, dass ihr auch sagt, ich kann mit diesem Gefühl, was du so ein bisschen beschreibst, was anfangen. Ich kenne das. Ich bräuchte auch mal wieder so ein bisschen Orientierung im Leben. Dann verlinke ich euch hier die beiden Neustart-Wochenende-Videos und hoffe, sie werden euch helfen. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Passt gut auf euch auf. Wir sehen uns übernächste Woche. Ich mag euch. Bis dann. Tschüss.